Der Evalcini ist wieder da! Heute haben wir noch im Forste und Spaß mit dem Video! Und wenn euch das Video gefällt, like und teilen. Abonnieren nicht vergessen! Danke und viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! 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 Der Raiwald sehen wir noch mal da! Wenn euch das Video gefallen hat! Und likes und teilenublikan! Und abonnieren nicht vergessen! Danke und pfiat euch! Bis zum nächsten Mal!